Ene, Vene, Miste? Was rappelt in der Kiste? Hallo, heute spielen wir Ene, Vene, Miste. Es gibt drei Varianten in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Wir spielen die mittlere für Siebenjährige. Die zwei Tafeln, auf denen der Wombat ein Schild in der Hand hält, werden als Startkarten auf den Tisch gelegt. Der Rest wird gemischt und als verdeckter Stapel daneben gelegt. Ene, Vene, Miste? Was hat der Wombat in der Kiste? Du nimmst die oberste Karte vom Stapel und legst sie offen neben die anderen beiden. Nun spielen alle gleichzeitig. Du suchst ganz schnell alle Gegenstände, die auf mindestens zwei Tafeln zu sehen sind. Nun zählst du sie zusammen und rufst laut die Anzahl. Hier zum Beispiel ist die Birne und die Banane auf mindestens zwei Tafeln zu sehen. Alle anderen Gegenstände sind immer nur auf einer Karte. Also schnell die Birnen und die Bananen zusammenzählen und schnell sieben rufen. Jeder darf nur einmal rufen. Ist kein Gegenstand auf mehreren Tafeln, dann dürft ihr natürlich null rufen. Hast du als erster die richtige Lösung gerufen, bekommst du eine der beiden Karten, die schon etwas länger liegen, als Belohnung. Du als Gewinner der letzten Tafel darfst dann die nächste vom Stapel aufdecken. Wenn der Stapel leer ist, endet das Spiel und der Spieler mit den meisten Tafeln gewinnt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei Edelmedemiste.